Showa Isar Lisei 40cm Männli Isar typische Sumi, haben wir schon hier am Kopf gutes Penny, sehr schöne Hautqualität haben wir als Dosei gekauft, also die nächsten 50 Fische haben wir als Dosei gekauft, wer sich dafür interessiert die sind ganz ganz tolle dabei aber sehr viele Männer das ist bei Isar normal, bei Dosei im normalen Verkauf auch wenn wir selektiert sind sehr viele Männer drin die weiblichen Tiere kosten dann deutlich mehr Geld und es gibt da nur eine begrenzte Anzahl ab